2 Jahre? Okay. Okay, dann habe ich einen kurzen Blick. Ihr könnt auch die Tür in die Bedrohung finden. Okay. 2 Jahre sind sie hier. 3 Hünder in der kleinen Hütte. 4 Hündler. Waschmaschine und Trockner. Wagezimmer. Das ist alles nicht im schlechten Zustand, aber ist alles ziemlich zugestellt hier. 4 Hünders. Okay, das Schlafzimmer. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ihr etwas erkennen könnt. Da ist ja nicht viel Licht. Da ist noch eine Wall Unit extra drin. Ich weiß nicht, ob die Klima nahe nicht geht. Vielleicht gleich mal raus. Fußbonus anscheinend im ganzen Haus. Hier fließt. Hier fließt. Die gleiche Fliese. Hier ist schwierig mit dem Licht. Ah ja, doch Licht. Andere Schlafzimmer. Wo gleich noch ein Bad mit dran ist. Und das ist hier nur so ein halbes Bad. Also eine... Toilette und Waschbecken. Es sind also nicht zwei voller. Ja. Ja, auch hier steht ein Fan. Also irgendwo ist mit der Tür an der Raten. Es scheint ein Problem sein. Ach so, hier waren wir jetzt schon drin. Jetzt haben wir mich vertan hier. Ja. Ich weiß nicht, dass wir einen Fallen haben. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Okay, nicht perfekt? Nein, es funktioniert. Wenn es regnet, wir es aufwärts, den Arm ausfägen, wenn man schaut, die Drainage ist unter dem Ground Level. Und das nicht rauskommt. Der Drainline ist unter dem Ground Level. Und es 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 ist die Chance. Ja, es ist abwärts. Und es ist so schwierig. Nein, es ist einer Art zu verabschieden. Vielleicht. Well, because it broke right at the house. Okay, I see. The way it broke, it's broken at the house. The only way to fix it would be to run a hole in the train line. I see, okay. Other than that, you're happy? Yeah. Other than that, yeah. Alright. Yeah. How is the area? So, so. Mixed? Mixed, yeah. Mixed, more Hispanic people. People across the street, there's a lot of Hispanic people. They're good people. People across the street are very nice and very... But no problem with this car break-ins or anything? Nothing. Nothing. Okay. Alright, then I don't want to disturb you any longer. So the dogs will get back to normal. Thank you very much, guys. Take care. Thank you. So, now we're going to go outside. The roof looks pretty good. Here we have everything blocked. The roof looks like it is not blocked. There is a car coming in. The roof is not blocked. They have a car that's just been blocked. And... Okay, then we're going to the other one. Okay.